KOKOMELON Kneten wir den Teig und dann fliegt er hoch, hoch Leckere, leckere Pizza auch für die Familie! Mit den Tassen hier stechen wir aus, aus Leckere, leckere Pizza auch für die Familie! Wir verteilen die Soße mit der Kelle kreisrund Leckere, leckere Pizza für die Familie! Der Belag kommt obendrauf, drauf, drauf Leckere, leckere Pizza auch für die Familie! Käse, Paprika, Oliven, Käse, Pilze, Basilikum, Käse! In den heißen Ofen, Pizza back, back, back Leckere, leckere Pizza für die Familie! Wir machten eine Pizza, die super leckere Pizza Gemeinsam essen wir sie gern! Ja! 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 Bischar! Ha 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 ha! Ha ha ha! Je versucht den Hashem. Ich, meine Geschichte mit ihr dynamisch! Ja! Möchtere, ihr machteartими Hause stuck uns aus